Haben Sie schon von Clean Eating gehört? Das Trendthema aus den USA ist keine Diät, sondern ein langfristiges Lifestyle- und Ernährungskonzept. Hanna Frey, die Protagonistin der deutschen Clean Eating Bewegung, zeigt in diesem Buch, wie vorteilhaft Clean Eating für Sie und Ihre Gesundheit ist. Das Kochen mit puren Lebensmitteln, frei von jeglichen Zusatzstoffen, ist dabei oberstes Gebot und ganz einfach im Alltag integrierbar. Power-Yoga-Übungen unterstützen Sie dabei, eine natürliche Balance zwischen Körper, Geist und Seele zu finden. Und wenn Sie auf der Suche nach dem passenden Rezept sind, in diesem Ratgeber finden Sie es garantiert. Clean Eating Basics – der natürliche Einstieg in ein neues Lebensgefühl. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.